Und es geht nicht um die Publikation, es geht um das reine Fotografieren, denn in dem Augenblick, wenn ich den Auslöser meiner Kamera drücke, speichert meine Kamera personengebundene Daten. Die meisten haben mittlerweile GPS, das heißt, man weiß, wo diese Aufnahme gemacht wurde. Über die Gesichtserkennung, die heute kein Geheimnis mehr ist, weiß ich auch, wen ich fotografiert habe. Das heißt, ich weiß schon, wann ich jemanden fotografiert habe, weil der Zeitstempel wird ebenfalls erfasst, also halten wir mal fest. Das heißt, ich weiß in der Regel, wen ich wann wo fotografiert habe und im Zweifelsfall sogar mit wem, wenn mehrere Personen auf dem Bild zu sehen sind. Das sind personenbezogene Daten und das darf ich eben nicht mehr ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung. Was heißt das? Das heißt, meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar heute im 15. Teil unserer kleinen Serie über die Dirty Tricks der Journalisten geht es um das Medienprivileg. Was das heißt und was das für euer Recht am eigenen Bild bedeutet, das klären wir hier. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr viel mehr über das, was Journalisten dürfen, was sie tun und wie ihr mediale Ereignisse in Zukunft besser interpretieren könnt. Ja, wenn wir heute über Medienprivilegien reden, dann reden wir im Grunde genommen darüber, was ihr für Rechte habt gegenüber Fotografen in den Medien und warum Medien hier eine Ausnahmesituation haben. Seit 2018, das sind jetzt schon über fünf Jahre, gilt mittlerweile die DSGVO. Ihr habt den Begriff mit Sicherheit schon gehört. Das ist die Datenschutzgrundverordnung. Darin hat die EU ganz klar geregelt, was man an Daten über Personen und personenbezogene Daten speichern darf. Und dazu gehört, seit digital fotografiert wird, auch das Fotografieren von Personen. Das ist sozusagen eine Ergänzung zum Kunsturheberrecht, wo auch das Recht am eigenen Bild abgelegt ist. Und ihr habt das garantiert schon mal gehört, man darf nicht so ohne weiteres ungefragt Personen fotografieren. Ja, für die Presse gilt aber da eine Ausnahme. Deswegen Medienprivileg. Journalisten, Fotojournalisten genießen hier Privilegien. Warum? Nun ganz einfach, weil man hier ein gewisses Recht am eigenen Bild abtritt, sofern man im Kontext steht von medialen Ereignissen, von zeitgenössischen Ereignissen. Wenn ihr Bestandteil einer Demonstration seid und Steine werft oder einfach nur am Demonstrieren seid oder wenn ihr euch ansonsten in einem Raum bewegt, der zu dem Zeitpunkt Bühne für Zeitgeschehen ist, wobei der Begriff Zeitgeschehen natürlich definierbar ist, oder ihr eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens seid, dann gebt ihr einen Teil eurer Persönlichkeitsrechte auf und Pressefotografen dürfen euch ablichten. Das ist dann eine Grauzone, wenn wir in diesen Bereich der Yellowpress kommen, wenn immer wieder mal die aktuelle verklagt wird, weil sie oben ohne Fotos von Prominenten ablichtet, denn dann stehen offensichtlich hier die Persönlichkeitsrechte im Mittelpunkt und nicht die Funktion und die Rolle, in der sich dieser Promi gerade befunden hat. Aber kommen wir mal zurück auf das, was sich in der DSGVO verbirgt. Hier ist es so, dass ganz klar geregelt ist, dass ich ohne vorherige Einverständnis, und zwar vorherige schriftliche Einverständnis, die jederzeit widerrufen werden kann, nicht mehr in der Lage bin, Personen zu fotografieren. Und es geht nicht um die Publikation, es geht um das reine Fotografieren, denn in dem Augenblick, wenn ich den Auslöser meiner Kamera drücke, speichert meine Kamera personengebundene Daten. Die meisten haben mittlerweile GPS, das heißt, man weiß, wo diese Aufnahme gemacht wurde. Über die Gesichtserkennung, die heute kein Geheimnis mehr ist, weiß ich auch, wen ich fotografiert habe. Das heißt, ich weiß schon, wann ich jemanden fotografiert habe, weil der Zeitstempel wird ebenfalls erfasst, also halten wir mal fest. Ich weiß in der Regel, wen ich wann wo fotografiert habe und im Zweifelsfall sogar mit wem, wenn mehrere Personen auf dem Bild zu sehen sind. Das sind personenbezogene Daten. Und das darf ich eben nicht mehr ohne vorherige schriftliche Einverständniserklärung. Was heißt das? Das heißt, wir haben dieses Problem zum Beispiel bei der Hochzeitsfotografie. So blöd, wie das klingt, in der Hochzeitsfotografie ist es so, das Hochzeitspaar beauftragt einen Fotografen während der Trauung, beziehungsweise auch danach bei der Hochzeitsfeier Fotos zu machen. Das ist gängige Praxis seit Jahrzehnten. Ja, seit die DSGVO gilt, bedeutet das jetzt, dass man streng genommen von jedem, den man auf den Bildern ablichtet, unabhängig davon, ob das der Musiker ist, ob das der Pfarrer ist oder aber, ob das die Gäste sind, eine schriftliche Einverständniserklärung bräuchte, bevor ich ihn fotografiere. Das ist aberwitzig, aber es ist so. Und dieses Recht kann mir auch nicht pauschal das Brautpaar geben, sondern das müsste ich von jedem Einzelnen einholen. Warum? Ganz einfach, weil in dem Augenblick, wenn ich abdrücke, speichere ich personenbezogene Daten, was ich nicht darf. Es wird so nicht exekutiert, ist aber so verankert. Und da gibt es eben die Ausnahme in Artikel 28 Absatz 2, und das betrifft die mediale Verwertung, also die Verwertung durch Medien. Medien, Pressefotografen dürfen das Medienprivileg für sich in Anspruch nehmen. Wenn sie in der Durchführung ihrer Arbeiten Personen fotografieren, die Bestandteil der Geschichte sind, dann haben sie dazu das Recht und müssen auch nicht vorher um Erlaubnis fragen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Herrn mit diesem Deutschland-Angelhütchen, der gesagt hat, das dürfen sie nicht, doch man darf es sehr wohl. Und er hat sich sogar noch auf die Kamera zubewegt, wusste also, dass er fotografiert wird. Es war noch nicht einmal ein Foto, das hier von ihm gemacht wurde, ohne dass er es mitbekommen hat. Er war Bestandteil einer Demonstration. Und damit war der Pressefotograf gedeckt durch das Medienprivileg. Anders wäre es, wenn eine Privatperson direkt neben diesem Pressefotografen gestanden hätte und hätte genau dieselben Fotos gemacht. Hier greift der Sonderstatus nicht und das wäre verboten gewesen aus mehreren Gründen. Das wäre schon vorher vorgreifen, der DSGVO 2018 wäre das schon durch das Recht am eigenen Bild gesichert gewesen. Ich kann nicht jemanden ohne weiteres fotografieren bzw. die Fotos publizieren. Wenn ihr das für euch mal klar macht, dann bedeutet auch das, dass dieses Medienprivileg dazu führt, dass wir uns überlegen müssen, gerade wo es jetzt extrem viele soziale Medien gibt, ab wann ist jemand Bestandteil der Medienlandschaft? Wir wissen, der Begriff Journalist ist nicht geschützt. Gilt das jetzt auch schon für Blogger, die unterwegs sind und für ihren Online-Blog-Fotos machen? Muss das ein akkreditierter Journalist sein und wenn ja, also Fotojournalist sein und wenn ja, wo muss er akkreditiert sein? Muss er den Nachweis führen, dass er regelmäßig publiziert und ab wann ist es regelmäßig? Ihr seht, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Dazu kommt noch, dass wir uns überlegen müssen, ab wann ist jemand so weit Promi, dass er Bestandteil des öffentlichen Lebens ist? Als Faustformel hierfür könnt ihr auf jeden Fall ansehen, wenn ihr als Privatperson jemanden ohne seine vorherige Einwilligung und nach Möglichkeit schriftliche Einwilligung, weil ihr seid beweispflichtig, fotografiert, macht ihr euch strafbar. Ob das exekutiert wird, ob dieses Verhalten also Konsequenzen hat, sei mal dahingestellt. Aber ihr bewegt euch rechtlich auf extrem dünnen Eis. Und jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr fotografiert in einer Straßenszene eure Freundin oder euren Freund. Und dahinter bewegen sich Menschen, die aber klar zu erkennen sind. In dem Augenblick macht ihr euch ebenfalls schon strafbar. Also hier muss man wirklich aufpassen, wann man welche Bilder macht und vor allen Dingen auch, wo man sie dann publiziert. Und das Ganze treibt noch ganz andere Blüten. Ein spannendes Feld, über das wir noch reden werden, aber für heute sei es das gewesen. Und das Ganze treibt noch ein paar Minuten.